Hey Henrico. Hey Michi. Herzlich willkommen zu SupergenTV. Hallo. Du hast eine Liste in der Hand. Ich habe eine Liste in der Hand. Und zwar, schau mal, diese Liste ist eine Geek-Survival-Checkliste. Hammer, habe ich noch nie gesehen. Ja und zwar die Idee ist einfach mal, irgendwann fängt man an Dinge zu vergessen. Also ich habe einen Traum. Es ist ein Albtraum. Aber es ist ein Traum. Zum Glück bisher nur ein Traum. Aber der ist, dass ich zum GIG komme, wenn meine Gitarre vergessen habe. Die ist einfach nicht da. Das ist ein bisschen Adrenalin-mäßig. Könnte besser sein. Es gibt bessere Situationen. Aber es ist so realistisch, dass ich mir eines Tages gedacht habe, okay, ich mache mal eine Supergen-Geek-Survival-Checkliste. Und wir können ja mal gucken, was da alles draufsteht. Ja klar. Weil ich glaube, wir beide haben schon, das eine oder andere haben wir tatsächlich vergessen. Bin ich sicher. Meine Strategie ist ja immer, dass bei mir im Kofferraum unten drunter, wenn ich das aufklappe, dann gibt es da nur so Fächer. Ja. Und da liegt immer das ganze Zeug, was ich praktisch, was so Notrationen... Überlebensnotwendig ist. Ja. Aber es ist natürlich dann, wenn du es einmal raustust... Nicht mehr aufführst, dann ist es weg. Dann ist es auch nicht mehr drin. Ja. Aber... Oder wenn du dein Auto hast, das tatsächlich einen Reservereifen hinten drin hast, dann blöd. Ja, genau. Aber... Oder du fährst mit jemandem mit, das ist dann ganz schlecht. Ja, genau. Du fährst zum Gig mit jemandem mit. Ja, genau. Oh Gott, was muss ich jetzt alles da raustun damit? Ah. Ja, ja. Und deswegen die Liste ist eigentlich Gold wert, weil ich habe auch so eine Liste in der Detailliertheit so noch nicht gesehen. Okay. Lass uns mal schauen. Als Nummer eins steht Gitarre. Gitarre wäre gut. Für einen Gitarristen, der zum Gig fährt, ist Gitarre überlebenswichtig. Da würde ich sogar spezifizieren und sagen, welche gezahle ich denn mit? Also ich schreibe mir das tatsächlich manchmal auf. Auch so bevor ich zum Gig fahre, ich mache praktisch manchmal tatsächlich so eine kurze Liste am Abend davor, wo ich sage, weil dann grübel ich es schon so, ja, was brauche ich da alles für Zeug, was wird da wohl irgendwie so... Also eine Liste mache ich nicht, aber eines muss ich sagen, ist eine gute Strategie. Egal ob Liste oder nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht, einen Tag vorher zu packen, dann hat man gewonnen. Stimmt. Weil da ist man nicht in Stress und nachts, also mir geht es so, dass ich kurz vorm Einschlafen oder vielleicht am Aufwachen, da denke ich nochmal drüber nach, was habe ich alles, brauche ich noch was oder so, habe ich das und das eingeparkt und so. Also das ist schon... Weil mittlerweile ist schon ein Haufen Zeug, was man so mitnimmt und was man irgendwie dann einfach schon gerne auch dabei hat. Ja, und weißt du, was auch hilft? Was bei mir wahnsinnig schwierig ist, weil ich so ordentlich ja nicht bin, aber was hilft ist tatsächlich, Dinge immer am gleichen Ort abzulegen. Weil, wenn du dann mal mit dem Blick so über deinen Übungsraum schweifst, dann siehst du, was du möglicherweise eben schon eingepackt hast oder was nicht. Ja, schwieriges Thema, da bin ich auch nicht so wahnsinnig gut drin. Die Ordnung. Na gut, also Gitarre ist noch ein Thema. Natürlich welche, ja, für welchen Gig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Heavy Metal Gig habe, wäre die jetzt... Nee, eher nicht. Eher, ne? Und Tom Anderson wäre jetzt für einen reinen Blues Gig. Ja, geht schon. Kann man schon machen, aber ist jetzt von der Glaubwürdigkeit... Das Floyd Rose vielleicht nicht, ja. Ist das Floyd Rose eher... Aber was ich immer mache, ich habe immer zwei getan dabei. Ja, machst du wirklich? Ich habe... Und hast du sie auch beide auf der Bühne? Ja, ja. Oder ist das so, dass dann einer im Auto ist und sagt, ey, mir ist eine Seite, jetzt bin ich gleich wieder da. Nee, ich habe beide auf der Bühne. Okay. Ja, weil ich hatte dieses lustige Erlebnis, dass ich mal einen Gig hatte, wo ich nur eine Gitarre dabei hatte. Und das war die mit den P90 Pickups. Ja. Und vorher hatte ich das noch nie so richtig, das ist schon lange her, noch nie so richtig... Das Brummen. Ja, und zwar Brummen war schon okay, weil wenn die Band spielt, ist das Brummen weg. Aber in dem Laden war Licht, und zwar derartig viel Licht, dass ich ungefähr so gespielt habe. Das war ungefähr die einzige Position, wo die Gitarre lauter war als das Brummen. Nein, mit dem Rücken zum Publikum natürlich. Natürlich, ja. Und der Band wieder so, ähm... Sag mal, ähm... Das geht so nicht. Hammer. Und seitdem habe ich immer zwei Gitarren dabei, aber eigentlich mehr deswegen, wenn die Seite reist. Ich hätte ja die P90 auch rausgeschmissen, ehrlich gesagt. Aber na gut. Die sind so geil, das sind die besten Pickups, die sind saugeil. Ah, ich bin jetzt kein Sofa. Hammer. Also das gehört zu den Dingen, die ich, wenn ich eine Anlage zusammenbaue, schon irgendwie dazugehört, kann ich sagen, dass ich möglichst keine Nebengeräusche hören will. Also am besten ohne Noise geht, ja, schon, das ist also einfach... Aber, ähm, wenn es gar nicht mal anders geht, dann ein bisschen Noise geht. Aber ich habe schon so gerne, dass ich, wenn ich die Hände von der Gitarre nehme, es möglichst nicht irgendwie klingt, wie wenn man jetzt irgendwie noch über den eisernen Vorhang abhören wollte. Ja, ich habe mir danach tatsächlich Noiseless P90s reingebauen lassen, natürlich. Hat er dann doch, ja. Aber die klingen nicht so wie... Ganz tief innen drin. Ganz tief innen drin. Sagt jemand, das ist nichts. Aber wollen wir nicht über Philosophien, die ist... Das wäre jetzt nicht... Das ist der Klassiker, wenn der Tontechniker kommt und sagt, der Amp brummt. Ja. Dann sage ich mittlerweile, wenn der Amp brummt, dann ist er kaputt. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist er entweder aus oder kaputt. Der muss brummeln. Das ist ein gutes Zeichen, wenn der Amp brummt, weißt du, Gitarre, alles okay. Naja. Also so viel zu Gitarren. Also zwei Gitarren nehme ich immer mit, nur mit einer Gitarre. Ich habe früher tatsächlich leichtsinnigerweise, in meinen frühen 20ern, bin ich immer mit einer Gitarre los. Es ist auch nie wirklich so ernsthaft, was passiert, bis auf den einen Gig. Aber ansonsten ist es schon cool, wenn man die Seite reißt. Ja, es ist auch so, also gegenüber den Kollegen, wenn dir mal eine Seite reißt und du dann mal irgendwie zwei Nummern lang nicht auf der Bühne bist, weil du dann irgendwie rumschraubst. Ah, das ist lästig. Obwohl ihr das Gefühl habt, dass die Seiten einfach besser geworden sind. Viel besser. Entweder ich spiele nicht mehr so aggressiv. Früher sind wir echt zwei-, dreimal, manchmal pro Abend ist mir eine E-Seite gerissen. Ich habe es scheinbar so reingeholzt oder die Seiten waren einfach nicht besonders gut. Ja, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Also eine Seite beim Gig ist mir schon lange nicht mehr gerissen. Geht mir auch so, also ewig. Es kommt endlich zum zweiten Teil, oder? Ja. Gitarren Gurt. Ja. Ja. Ich hatte schon meinen Gitarren Gurt vergessen mit dem Gig. Siehst du? Du auch? Ich auch. Ich musste in der Wusengürtel daran glauben. Ne, ich habe dann tatsächlich, ein Freund von mir hat da nicht so weit entfernt gewohnt, der auch Gitarre spielt. Und ich habe ihn angerufen, der war aber nicht zu Hause. Oh ne. Und dann sagt er, ja pass auf, aber und dann, da und da im Garten hinten, da liegt der Schlüssel und dann bin ich rein und habe mir einen Gurt ausgelegt von ihm und bin wieder zum Gig. Es gibt aber auch mittlerweile, früher war das nicht so, mittlerweile gibt es ja viele Geek-Bags. Mhm. Und wenn man es nicht so macht wie ich, der diesen langen Schlaufe da weg macht, dann kann man zur Not mit der sich noch so einen Gitarrengurt zusammenbasteln. Stimmt. Das ging. Hast du gelacht? Für meinen Bassisten. Ja. Der hat nämlich einen Gitarrengurt. Ich würde nie einen Gitarrengurt. Nie. Aber der Bassist hat seinen vergessen und da haben wir tatsächlich aus dem Gig-Bag-Teil haben wir das basteln können. Es war nicht ganz einfach, das dazu befestigen, muss man auch mit Gaffer-Tipp ein bisschen machen. Ja. Und Gaffer-Tipp steht auch auf der Liste. Das ist also überlebensnotwendig. Wenn das Auto kaputt geht. Auto kaputt, alles. Ich bin schon mit Autos rumgefahren, die sind eigentlich nur noch vom Gaffer zusammengehalten. Ja, also Gitarrengurt ist nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Sollten wir dabei haben. Und etwas fällt mir ein zum Thema Gitarrengurt. Und zwar, weil du gerade die 335er mit Bixby hast. Was total nervig ist, ist, dass manche Gitarrengurte hier nicht reinpassen, weil der Pin so tief drin ist, durch die Halterung von dem Bixby, dass ich einen speziellen Gurt für die 335er bzw. für Gitarre mit Bixby. Ja, stimmt. Die sind auch aus Leder, aber die sind halt einfach viel dünner, sodass ich die hier problemlos reinbekomme. Das stimmt, das ist wirklich ziemlich knapp hier. Ja, genau. Und das wird übrigens ein Thema sein, dass ich mit dem André, dem wunderbaren Gitarrenbauer, mit dem wir immer wieder mal tolle Seminare machen und der uns auch mal besuchen wird bei SupergehenTV, da werde ich ihn mal fragen, ob es etwas gibt, dass praktisch diesen Pin ein bisschen weiter nach draußen, also eine Zwischenscheibe oder irgendwas, damit der Pin ein bisschen nach draußen wird, dass ich normale Gurte da hinbekommen kann. Das nervt total. Ja, da fummelt man wahnsinnig lange rum. Bei Gitarrenwechsel ist es nämlich so, dass ich gerne eigentlich die Gitarre hinten abschnalle. Und... Ah, ok. Bin gleich wieder zurück. Stimmt, ein Geek. Hey, pronto! Quincy! Ah! Ne, du, ich bin gerade beim Aufnehmen, du hast gerade in eine Aufnahme reingehen. Eine Videoaufnahme. Charlie, one take. Ja, ist alles ok? Ist alles ok? Ja. Ja, klingst müde. Ah, super. Cool. Pass auf, Sonntag kann ich dir gleich sagen, da war was. Nächsten Sonntag. Die Aufnahmesession mit Arno. Genau, da habe ich hier eine Aufnahmesession ab 3. Was hast du? Aufnahmesession hier im Studio. Samstag? Samstag wäre gut, gar nicht. Ok, check your mind out. Alles klar. Wir telefonieren später. Cool. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. So, das habe ich nicht vorher übersehen. Macht ja nichts. Machen wir irgendeinen Schnitt oder so. Das kann ja läuten, dann gehe ich halt einfach. Bis zum Quincy musst du auf alle Fälle drin lassen. Ja, genau. Äh, genau. Ok. Wir waren... Ich brauche aufpassen, dass das nicht so viel raschelt hier mit dem... Naja. Ok. Brauch nicht eine Stunde. So, ok. Pass auf. Also. Ok, ja gut. Ne, ich nehme Gitarren gut mit. Und Gitarre auch. Alles klar. Ciao. Ja. Genau. Ja, Madison Square Garden. Ich weiß schon, wo das ist. Alles klar. Ciao. Passt alles, oder? Ja. Dass wir die Liste haben. Du. Trifft sich gut. Ähm. An was die alles denken auch, ja. Ja. Wahnsinn. Also, Kanye, weil das ist ja Auslands-Gig jetzt gerade. Und der Kompf steht auch hier. Ok. Äh. Nächstes wichtige Teil auf der Liste ist... Wer der Amp vielleicht? Der Amp. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Den habe ich jetzt noch nicht vergessen. Den hast du noch nicht vergessen? Ne. Den Amp habe ich noch nie vergessen. Das Ding mit dem Amp ist, ähm, tatsächlich, man fährt nur mit einem Amp zum Gegner. Meistens. Das stimmt. Ich habe, äh... Weißt du, bei dem einen Triogeg ist der Camper abgeraucht. Richtig, ja. Ja. Aber der ist ja langsam abgeraucht, oder? Ist der schon... Schlagartig. Schlagartig. Also nicht abgeraucht, aber der hat doch so gezerrt dann plötzlich. Ja, genau. Das war eher ungeil. Aber wir haben... Ich hatte den AR dabei. Ah, richtig. Ich habe dann über den AR gespielt. Richtig, ja. Aber das ist tatsächlich manchmal... Also wenn der Röhren-Amp gerade frisch vom Service kommt... Dann nimmst du lieber noch einen zweiten Amp mit. Und der... Ne. Dann eben nicht. Ah, okay. Okay. Also dann sage ich, hey... Der muss gehen. Der hat gesagt, es geht alles super und so. Also es gibt ein gewisses Grundvertrauen, dass ich in Röhren-Amp habe. Das hat sich jetzt auch über die jahrzehntelange Arbeit auf Bühnen und in Studios bewährt. Weil... Also... Mir ist... Also von hier auf jetzt und sofort zum Gig noch nie ein Röhren-Amp so richtig abgeraucht. Ja. Der Fender, den ich jetzt in der letzten Zeit dabei hatte, der Supersonic, der hat mal eine Zeit lang so einen Leistungsabfall zum Abend hin gehabt. Und dann haben wir den gecheckt. Der Bernie, auch ein wunderbarer... Also... Das ist eine Koryphäe, der wunderbare Schröter-Amp baut. Bernie Schröter, dem habe ich den gebracht. Der hat den auch wieder in Gang gebracht. Und seitdem ist das auch wieder alles okay. Aber mir ist er so richtig abgeraucht. Ist mir... Oder warte mal. Nee, aber das war... Aber das war ganz zu Beginn. Sagt dir Exef noch was? Ja, natürlich. Exef. Das war eine Firma, die wenigsten werden sich daran erinnern wahrscheinlich. Die haben so Pre-Amp gebaut, oder? Die haben so Pre-Amp gebaut. Und das waren die ersten, die so programmierbare Pre-Amp gebaut haben. Und so einen hatte ich und das war der erste Gig einer Tournee. Und wir haben in Kempten gespielt. Und beim Soundcheck ist das Ding einfach kaputt gegangen. Und ich hatte, ich weiß nicht warum, im Auto noch einen Roland Cube. Mhm. So einen kleinen halben Cube. Wie eigentlich Bassisten. Da gab es auch viele Gitarristen. Und ich habe den ganzen Gig mit dem Roland Cube gespielt. Schmerz. Den ersten Gig der Tour. Kann man sich das vorstellen? Na gut. Amp. Ja. Also. Sag mal. In Zeiten von Camper und von Amps, die eigentlich mehr Computer als Amps sind. Macht es vielleicht Sinn, ein iR noch in der Tasche, im Koffer auszuhalten. Natürlich beim E-Gitarren Gig kriegt das auch nichts. Deswegen habe ich schon gedacht. Eigentlich. Ähm. Es gibt doch für das iPhone so Dinger. Aber ich meine, was machst du wirklich, wenn gar nichts mehr geht? Wenn gar nichts mehr geht, dann. Aber, oder es gibt dieses Mini Line 6 Teil jetzt. Ja. Genau. Genau. Die Helix, praktisch diesen Mini-Traeter. Genau. Ihr habt fast schon gedacht, das müsste man eigentlich als Backup haben. So ein Teil. Ja. Ja. Aber ich weiß es nicht genau. Woher hat es dann? Also. Es gab Zeiten, das waren so die 80er. Da können sich Bandkollegen von mir noch erinnern. Das war die Zeit der Kühlschränke. Ja. Also da hatte ich dann ein Rack, da war drin das H3000 S. Zwei solche Teile. Da war mein TC 2290. Komplette Kühlschränke. Also es waren einfach richtige Kühlschränke. Und es gab auch einen Endstufen-Kühlschrank. Mhm. Da war die große 2x50er ... Kolosseum vielleicht. Nein, aber praktisch das Pendant für die ... Kolosseum war doch die für die Bassisten, glaube ich, oder? Ach so. Ich kann mich dunkel erinnern. Also jedenfalls diese Boogie-Endstufe, die ich heute noch habe, weil die praktisch unverkäuflich ist. Die nehme ich jetzt dafür her, wenn es draußen wahnsinnig windig ist, kann man den Sonnenschirm damit beschweren. Also da bleibt ... Das ist wie wenn er betoniert wäre. Wenn die draufstehen. Und ... Und im Winter kannst du einheizen, damit du dich sagen ... Im Winter kann man ... Du schaltest ein und das ist prima. Da liegen immer die Katzen drauf. Weil das ist so richtig kuschelig. Ne. Inzwischen gibt es die kleine 20-Wage. Ja, genau. Die habe ich auch. Die ist super. Die hat praktisch ... Ich habe mal einen AB-Vergleich gemacht, ja. Das ist ja Wahnsinn, was die ... Im Vergleich ... Auf der Bühne brauchst du nicht mehr den Kühlschrank mit den ... So. Aber damals war es so, dass ich also die hatte. Und dann hatte ich ja noch die Panik, dass man die vielleicht abraucht. Und dann habe ich natürlich eine zweite reingeschraubt. Aber nicht die gleiche, oder? Nein. Ne. Ne, ne. Aber das war dann eine Rockthron. Ah. Einstufe. Genau. Diese Velocity. Genau, genau die. Genau. Und ... Weil es hätte ja sein können, dass da vielleicht mal eine ... Und dann kannst du schnell ... Und so. Und ... Aber meine Kollegen denken mit Grauen an diese Zeit. Die Petra, unsere ... Liebe Freundin und Kollegin Sängerin, die denkt ... Also ... Das hat sie immer noch im Kopf. Sagt sie, der Enrico war der Wahnsinnige, der damals mit zwei Hinstufen mit ihm gelaufen ist. Weil irgendwie ... Ja, das ... Aber ... Ansonsten muss ich sagen, habe ich keine schlechte Erfahrung mit Ames gehabt, die auf der Bühne ... Wenn man die halbwegs ab und zu mal zur Wartung bringt, glaube ich, dann ist so ein Röhren-Amp schon sehr zuverlässig. Ich habe mein Mark III Wugi, Topteil, das ich Anfang der 80er gekauft habe. Das habe ich mal bestimmt ein paar Jahre nicht angehabt. Zack eingeschaltet, bumm, die Hauptfunktionen gingen. Hat natürlich die Portis gekratzt und so, musste wieder Bernie ran und die Portis mal ent ... Aber ... Das ist schon ... Also echt Qualitätsware. Ja. Muss man echt sagen. Absolut. Das ist ja auch der ... Das ist bei mir auch noch nie kaputt gegangen. Ja. Gut. Was dürfen wir noch nicht vergessen? Ja, Topteil und Box. Ja. Aber es ist der Klassiker, dass nämlich das Boxenkabel nicht da ist. Oh. Das steht aber hier auch. Ja, Boxen. Das ist zum Beispiel Topteil und Amp. Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, rückenschonenderweise nur noch Topteile mit Boxen. Und dann kann man halt verschiedene Boxen auch nehmen. Ja, ja, ja. Das ist schon auch ein anderes Klangerlebnis, muss man echt zugeben. Also Kombos, finde ich, klingen einfach anders als Topteile und Box. Je nachdem, was für eine Box eben ist. Bist auch flexibler. Aber du musst das Boxenkabel mitnehmen. Auch in der richtigen Länge. Ja, in der richtigen Länge. Also Boxenkabel ist auch ... Und da geht auch nichts anderes, Leute. Immer keine Fehler machen da diesbezüglich. Weil das kann echt schief gehen. Da das Instrumentenkabel rein und dann ... Uh. Ja, oder umgekehrt. Das Boxenkabel für Gitarre hernehmen und sich wundern, warum da ... Naja. Also. Fußschalter für Amp. Ja. Also wenn man jetzt nicht so ein Paddleboard hat mit allem, was da ... Sondern nur so wie früher, so ... Dann ist ein Fußschalter schon ... So nicht schlecht. Ist mir aber auch schon passiert, dass ich ... Dann muss man sich immer umdrehen und drücken. Beim Solo. Stimmt, ja. Also rechtzeitig vor dem Solo und dann auf der 1 von Solo. Ja. Immer besser, als wenn es Solo anfängt und sich dann umzudrehen. Ja. Oder? Das fällt mir auch gerade ein. Ich hatte vor kurzem einen Gig und ich habe natürlich ... mein Effektteil, mit dem ich ja auch den Amp umschalten kann. Ja, genau. Super geil, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das Kabel dabei hat. Weil da brauchst du natürlich ein Stereo ... Nein. ... Kabel. Symmetrisches Kabel, das dann zum ... Ja. Das wäre natürlich dann auch nicht schlecht, wenn du das dabei hast, dann kannst du nämlich auch den Amp umschalten und wenn du ... ziehen auch, ne? Das ist dann auch nicht so ... Ja. Das war jetzt eher ... Unangenehm. Ja. Ja. Ah, der spielt gleich ein Solo. Ja, klar. Er dreht sich um, zieht schon dran und wartet noch die zwei Takte. Das war jetzt eher ungeil, aber es war nicht so der High-Profile. Gott sei Dank. Okay. Also das waren jetzt so mal Sachen, die, sagen wir mal ... Absolut essentiell. ... essentiell sind. Also, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die, sagen wir mal, die wenigstens sicher dabei haben, aber wenn man sie dann braucht ... ... Ersatzsicherung für ein Röhren-Amp. Ja? Ja. Weil die Nummer, also das kann ich gleich sagen, die Nummer mit dem Zigarettenpapier und so und das ... Vergiss das. Bei den ganzen Nichtraucher-Bandsitzungen. Genau. Jetzt sowieso. Früher für ... Ne, also ... Ah, ja. Ich muss gestehen, ich habe keine dabei. Nicht? Ich habe keine Sicherung dabei. Ich habe welche ins Chassis geklebt. Ehrlich? Ja. Mit Gaffer-Tape. Ich wüsste ja nicht mehr welche. Und das sind ja so ... Das Gaffer-Tape ist inzwischen, glaube ich, zum Bestandteil des Holzes geworden. Das ist so ... Also, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch ... Ich muss mal gucken, ob die Sicherung überhaupt noch drin ist oder nur die Schlaufe von dem Gaffer-Tape. Ja, aber stimmt. Aber weißt du da, ist bei jedem Amp die gleiche Sicherung drin? Nein, ganz unterschiedliche Größen auch und Werte. Da muss man einfach ... So ein Universal-Set kaufen, oder? Ja. Wenn sowas gibt, muss man schauen. Es sind vor allem keine, die du im Baumarkt kriegst. Mhm. Da musst du einfach wirklich zum Fachhandel gehen. Mhm. Ja. Ja. Ja, was haben wir noch? Ersatzröhre. Uh. Habe ich auch nicht dabei. Ich habe keine Ersatzröhre dabei. Echt? Ich habe nicht. Das war die Zeit, wo ich auch mit zwei Endstufen rumgelaufen bin. Da habe ich auch tatsächlich in einer Box mal so Vorstufenröhren drin gehabt. Weil so eine Endstufenröhre, wenn mal kaputt geht, glaube ich, das kann man noch ... Das geht einigermaßen noch. Kann man die zweite noch raustun. Dann, glaube ich, kann man ... Je nachdem, was für ein EF ist, ja. Genau. Je nachdem. Da kann man sie noch retten. Wenn die Vorstufenröhre ... Ich meine, da könnte man da auch austauschen vielleicht mit der D-Flex. Ah, aber ... Aber da ist schon auch ... Genau. Da ist dann ... Deswegen ... Gut. Tja. Jetzt kommen wir zu den ganz ... Kommen wir schon zum High-Tech-Zeug. High-Tech-Zeug, ja. Für uns eigentlich ... Du, du, das ist jetzt was für dich, weil du bist ja der totale Fan von dem Teil. Ich bin totaler Fan von D-Flex. D-Flex. D-Flex ist geil. Also, wenn ... Ich liege gerade mit dem Monitor, also mit dem Friedman, das sind ja Monitor, die strahlen sowieso auch nicht. Ich glaube, die meisten wissen jetzt nicht, was D-Flex ist, oder? Ja. Das ist ein Diffusor, oder? Ja, das kann man so sagen. Ja. Ich zeig euch das mal. Ja, hol mal her. Okay. Also, das ist tatsächlich mit die beste Erfindung seit langem. Aus österreichischen Landen. Jetzt sind wir nicht im Bild. Jetzt ist schnell. Ach so. Erst wenn ich wieder da bin, machen wir dann ... Das ist doch cool, wenn du ... So, Freunde. Ein bisschen eingestaubt. So sieht das aus. Mit die beste Erfindung ... Echt, findest du, oder? ... finde ich. Ja. Der letzte. Also, Camper und das. Aber das hat nichts damit zu tun. Okay. Also, du tust das auch in eine Full-Range-Box vorne dran, oder was? Nee. Aber die Full-Range-Box, die bläst mich ja von vorne an. Okay. Und hinten hast du die Gitarren-Box? Oder? Nee, die Bose jetzt, aktuell. Okay. Aber wann benutzt du das dann? Wenn ich einen normalen Amp spiele. Ah, eben. Ich hab dich falsch verstanden. Du meinst also nicht, wenn du mit Camper spielst, dass du dann den auch gleich dabei hast, sondern ... Ich hatte aber auch schon den Camper, weil ich habe den mit Endstufe auch an der normalen Gitarren-Box. Genau. Also bei jeder Gitarren-Box benutze ich das. Okay. Also, es geht um normale Gitarren-Boxen und nicht um Full-Range-Boxen. Genau. Da macht es wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Ja. Das Achstrahlverhalten ist anders, ja. Da gibt es auch einen Hochtöner, also das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, es ist auch nicht dafür gedacht. Aber das Thema ist das Teil, also von der Wirkungsweise muss man sagen, das ist die Bodenplatte, die praktisch unter der Box kommt. Hier ist der Lautsprecher, der strahlt praktisch hier hin. Genau. Und teilt praktisch das Signal so und macht das irgendwie weiter. Ja. Und ist tatsächlich so, dass das wirklich funktioniert? Das Rot gefällt mir. Das ist geil. Ich habe es eigentlich wegen dem Rot gekauft, weil das finde ich... Ferrari-Rot. Ja. Das erinnert mich an... An die Tom Anderson, oder? An Enzo. An die zum Beispiel. An Enzo. Genau. Ja, das passt halt gut zusammen. Ja. Also, das Teil ist wirklich Gold wert, weil plötzlich hört man... Also, man muss natürlich die Box immer noch vernünftig aufstellen, also man kann sie jetzt auch nicht irgendwo hinstellen, sondern... Es ist halt ein Teil mehr, das man schleppt, ne? Ja, aber es ist schon echt Gold wert, weil ich habe ja zeitlang auch, was ja auch eine super Erfindung ist, was auch fast niemand benutzt, ist so eine schräge Gitarrenbox, so ein Wedge, die du auch hast. Ja. Das ist auch super, weil immer das Problem, wie höre ich mich irgendwie gut auf der Bühne. Ja, ja. Natürlich. Dann habe ich ziemlich lange eben mein Mesa Boogie Wedge, das gab so Zeiten, als der mal gebaut wurde. Genau. Und den habe ich immer noch, der ist auch super. Ja. Dann habe ich zwei Boxen, habe eine, strahlt mich an, die andere kommt von hinten und das ist dann sehr angenehm. Ja. Aber hat einen guten Sound. Ja, also... Manchmal habe ich dann tatsächlich, aber seit es das Ding gibt, muss ich die Boogie gar nicht unbedingt mitnehmen. Okay. Weil ich tatsächlich mich relativ präsent höre, aber man muss bedenken, dass alle anderen in der Band dich auch genauso präsent hören. Okay. Das heißt, es gab auch schon mal Leute, die gesagt haben, pass auf, das ist aber schon, ja, die Gitarre ist jetzt schon ordentlich, weil... Ordentlich zu hören. Okay. Also, ich muss sagen, also, was ich schade finde, also, es ist halt sperrig, ne? Und im Transport, im Auto, es gibt keine vernünftige Tasche dafür, da muss man sich auch irgendwie was zurechtschnitzen. Ich habe eine. Ja. Tatsächlich. Ja, weil du ja irgendeinen, das ist ja gebraucht gekauft, oder? Ich habe ja den liegen lassen. Ja. Ich habe ja den guten liegen lassen. Merkulissaal. Den mit dem Roten. Weil es gibt auch den ganz billigen, den ganz... Ich weiß nicht, ob der überhaupt so gut funktioniert wie der hier. Ja, ich habe ihn tatsächlich aus dem Grund gekauft, weil alle anderen Bandmusiker... Pass auf, die Gitarre ist jetzt aber schon ordentlich laut. Und ich habe mir dann aus dem Grund den nächst schlechteren sozusagen gekauft. Okay. Und der geht besser durch bei den Jungs. Ah. Das heißt, da ist es nicht so... Weil er nicht rot ist. Weil das rote Teil kann man abmachen, habe ich übrigens gesehen. Das kann man... Das geht hier, das kann man... Aber man könnte das entschärfen, ja. Du kannst auch dann irgendwie da unten hin tun, aber... Okay. Wir werden uns da nochmal genauer... Ich glaube auch, das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Sendung. Da werden wir uns... Überhaupt so Boxen aufstellen und so. Weil da habe ich ja auch Erfahrungen gesammelt und mit den Tilts, diese Fender-Tilts. Ja. Da habe ich meine Thiele-Boxen damit ausgerüstet, um sie aufschräg zu stellen und so Sachen. Und diese Boogie-Wedge, die du da genau... Eine nachbauen lassen vom Schreiner. Ja, genau. Ich fand das so geil, was du da irgendwie... Und da können wir das mal beleuchten. Weil jetzt schauen wir mal weiter, was die Liste sagt. Ja. Es geht weiter. Ich glaube, wir müssen sowieso einen zweiten Teil machen. Und so... Ich glaube, es wird ein bisschen zu lang, ja. Ich glaube, pass auf, wir haben jetzt... Jesus Maria, das sind ja 27 Minuten. Wahnsinn. Das heißt, wir machen jetzt noch genau einen Punkt und machen dann Teil 2. So sieht's aus. Weil das wird sonst... Genau. Der eine Punkt ist... Paddleboard. Bodeneffekte, Floorboard. Da müssen wir einen neuen Teil machen. Das ist ja uferlos. Nee. Ich würde sagen, schaut wieder rein, Teil 2. Ja. Unsere Survival-Liste, weil... Ja. Dann geht's weiter mit Paddleboard und es gibt noch jede Menge Punkte. Genau. Ihr könnt diese Liste natürlich downloaden. Ja. Die Liste ist auf unserer Webseite. Genau. Die ist extra für euch. Das ist die Super Gain Geek Survival Checkliste. Genau. Und es fängt praktisch mit Gitarre an und hört auf mit... Pass auf... IWU 400 Aspirin. Perfekt. Sehr gut. Der Link ist unten. Ladet euch doch die Liste runter. Genau. Ja. Also, bis nächstes Mal. Ciao. 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 Ciao.